Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und einer der Überlebenden hat sich diese Map gewünscht. Und einer der Überlebenden hat wahrscheinlich auch schlechtes Internet. Wir haben gerade so lange gebraucht, bis wir in die Wunde gekommen sind. Gut, dann nehmen wir Ace. Ich mach's mir selber auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Da ich mit der Nöse spiele. Ich hab, glaub ich... Der ist nur noch viel draußen. Glaub ich seit drei... Ja, TÜV war mit an. Ah! Seit drei, vier Wochen keinen Killer mehr gespielt. Hier, was mit den Ports klappt nicht so gut. Ich bleib auch gefühlt die ganze Zeit hängen. Oh, come on! Das ist gemein! Jetzt aber! Hier komm ich nicht durchgefordert. Ist das dein Ernst-Spiel? Sag ja, irgendeine Survivor hat sich jemand übermischen. Die wissen genau, warum. Wussten zwar nicht, dass sie mich kriegen. Als Nöse, die eh nix kann. Aber... Ich komm wieder nicht durch den... Jetzt weiß ich, Leute. Krieg ein paar Hits. Ich bin stolz. Jetzt geht hier wieder Jen an, weil ich schaff's nicht mehr hin. Oh, I hate it! Okay, wir spielen eine Loob-Runde. Ja... I love it! Okay, guck mal hier noch nicht! Ja, Laurie war auch noch hier hinten. Wieso komme ich denn hier nirgendwo durch? Das ist doch eine Krankheit! Holy... Yeah... Yeah... Wenn jetzt jemand in der Taschenlappe kommt, flippe ich aus. Okay, der nächste Generator geht an, weil Tüffler hat getriggert und... Guck mal, Tüffler... Also zwei Generatoren gehen jetzt an. Guck mal. Ja... Guck mal. Ja... Warte ich auch noch zu weit. Ja... Was ist das denn für eine kacken Map? Ich komme hier nirgendwo durch. Da bist du halt als Krankenschwester, die sowieso schon langsamer ist, echt verloren. Das war jetzt mein Glück. Ganz ehrlich, Spiel, ey. Ich will nicht alles auf die Map schieben, ne? Ich weiß auch, dass ich als Nurse einfach nicht gut bin. Aber wieso... Manchmal komme ich hier durch und manchmal nicht. Hängt das damit zusammen, wie sehr ich mein Port auflade? Aber das ist doch total schwachsinnig. Ich muss ja nicht so weit porten. Oh, holla, die Waldfee. Wenn es hier jemand die Palette zieht. Oh, wir haben zwei Haken. Und Tüftler ist am Start. Wir haben sogar noch Adrenalin. Die waren recht schnell jetzt. Wir haben trotz Ruin echt fix die Generatoren hinbekommen. Dieses Spiel. Wir kommen hier einfach nicht durch, ne? Ah ja. Ah, wie gemein. Hätte ich mal Möd dabei. Schade. Ich würde den jetzt auch gern noch hauen. So. Läubig wird gleich wieder stehen, gehe ich von aus, weil auch Blödi da ist. David, macht auf. Blödi, ich hab dich gesehen. Warum hast du Laurie nicht aufgehoben? Was ist jetzt Blödi? Blödi hat eiserner Wille. Nur David hing nicht. Schade. Hallo David. David. Okay, David hängt auch. Oh, das war gemein. Das war knapp. Aber ganz ehrlich, ich warte einfach, bis der Haken wieder da ist. Gibt's kein Problem mit. Blöd ist halt, wenn die jetzt einen Add-on drauf hat, dass der Haken länger weg bleibt. Machst du den Haken wieder weg? Ja, ich hab sie doch husten hören. Siehst du? Ich hab noch mal ein bisschen Ärger gemacht, jetzt hier am Ende. Ich bin noch drin. Ich höre sie aber nirgendwo laufen. Ah, sie ist unten? Der hat hart. Das war eigentlich so klar. Die wegge mich. Yes, gib's mir. Dieses Getie wegge. Wenigstens noch den Hit, ey. Danke. Blende mich. Yay, eine Runde Nurse. Ich muss sagen, obwohl ich echt nicht gut bin mit der Nurse, die Nurse macht Spaß. Also. Ich muss öfter mit der Nurse spielen, weil die ist echt cool. I like. Punkte sind auch in Ordnung. Kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ich hab jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen Stress gemacht. Das war nicht gut. Aber es ist wirklich schwierig. Ihr habt es ja gesehen. Ich bin durch ganz viele Objekte konnte ich einfach nicht durchporten. Bin einfach hängen geblieben. Und das ist halt so, wo ich Lori gejagt hab. Ich hätte mich doch noch drei Stunden hinhalten können, weil ich bin einfach nicht näher an sie rangekommen. Weil sobald ich geportet habe, bin ich hängen geblieben und sie hatte wieder Vorsprung quasi. Wie ich aber schon während der Runde gesagt habe, ich möchte nicht alles auf diese Map schieben. Aber teilweise war es schon blöd. Ich bin der Meinung, ich hätte vielleicht noch eins, zwei Hitze mehr geschafft sonst. Aber ich brauche wirklich noch Übung als Nurse. Und ich möchte besser werden. Weil die Nurse macht, denke ich, Spaß, wenn man sie richtig gut kann. Jetzt hab ich mir noch verschluckt. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Bis dahin, Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020